Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Wunsch-Getreu-Testsparte. Mein Name ist Chris und das hier ist der Jimmy HW10 Pro 3-in-1 Wischsauger. Oder ich sag mal, zumindest im Kern ist es ein Wischsauger. Der kann auch noch ein paar andere Sachen. Das ist auch, wie ich finde, ganz interessant. Aber ob das auch wirklich gut ist, das haben wir für euch getestet. Also bleibt jetzt dran, es geht los. Ja, auf geht's mit dem Gerät von Jimmy. Aber bevor wir jetzt richtig loslegen und mit dem Wischsaugen und so weiter anfangen, machen wir noch einen kurzen Überblick zum Produkt. Und zwar an unserem Punkt Ausstattung und Technik. Ein wichtiges Thema, wenn man so ein Gerät hat, was Cordless ist, also sprich ohne Kabel, ist natürlich der Akku. Und den haben wir hier angegeben mit einer Laufzeit von 80 Minuten. Das kommt mir ein bisschen viel vor. Vielleicht im Eco-Modus, im Turbo-Modus sind es bei mir eher so um die 20 bis 30 Minuten gewesen. Fand ich aber im Großen und Ganzen auch okay. Die Ladezeit liegt dagegen so bei 4 bis 5 Stunden. Was die Qualitätsanmutung angeht, gibt es meines Erachtens bessere Geräte im Markt. Zum Beispiel die von Tineco. Meines Erachtens wird das Gerät zumindest in dieser Hinsicht seiner Preisklasse eher nicht gerecht. Was die sonstigen Features und Besonderheiten angeht, haben wir dagegen meines Erachtens schon eine ganze Menge mit dabei. Wir haben hier eine Selbstreinigungsfunktion, die über eine Reinigungsstation abgebildet wird. Wir haben sogar eine Selbsttrocknungsfunktion der Walze. Dann haben wir eine Standfunktion, was immer ganz wichtig ist, um das Gerät anständig verstauen oder auch mal abstellen zu können. Und wir haben hier ein ganz nett gemachtes Display, was auch so ein bisschen animiert ist und uns über den Status des Geräts so auf dem Laufenden hält. Auch die jeweilige Reinigungsstufe, die wir gewählt haben, können wir hier sehen. Also das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Was den Lieferumfang angeht, muss man sagen, ist bei diesem Gerät schon einiges mit dabei. Und das ist erstens das Gerät selbst und natürlich das, was in dem Gerät quasi schon integriert ist. Und das ist einmal eine Reinigungswalze, die ist da unten schon drin. Und die beiden Tanks, das ist einmal der Frischwassertank und der Schmutzwassertank. Weiter haben wir dann oben mit drin dieses Handheld-Teil. Und ja, wenn ich das so sage, dann erahnt ihr auch wahrscheinlich schon, in welche Richtung das dann später mit den Funktionen noch so geht. Aber jetzt erst mal zu dem Lieferumfang. Also dieses Handheld-Teil ist mit dabei und oben in dem Handheld-Teil steckt noch ein Akku mit drin. Zu dem Handheld-Teil dazu gibt es dann noch drei Aufsätze, damit man das quasi als Handheld-Staubsauger dann auch benutzen kann. Dazu kommt dann noch die Park- und Reinigungsstation inklusive Ladebasis und ich sage mal Aufbewahrungsanbauten. Dann haben wir natürlich noch das Netzteil, damit wir das Ganze auch laden können. Und ein bisschen Reinigungsmittel ist noch mit dabei. Und ein Reinigungswerkzeug, was auch ganz wichtig ist. Da spreche ich bestimmt nachher noch ein bisschen drüber. Und zu guter Letzt kommt dann noch der obligatorische Papierkram. Übrigens, den Link zum Produkt findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und einen Link zu unserem Geschenkeladen packen wir euch da auch noch mit rein. Ein passendes Produkt zum aktuellen Anlass findet ihr da ebenfalls. Nun aber weiter im Text. Jetzt starten wir mit unserem Praxistest. Und an dieser Stelle müssen wir dann jetzt tatsächlich erstmal über die Ausrichtung des Gerätes sprechen. Wir haben hier ein 3 in 1 Gerät. Das heißt, es möchte mehr sein als nur ein Wischsauger. Und was ich jetzt erstmal vorweg schicken möchte, ist, dass die Nutzung als Handstaubsauger, um Krümel wegzusaugen oder sowas, dafür geht es auf jeden Fall noch klar. Da kann man oben so aus dem Gerät dieses Handheld-Teil eben rausnehmen, was ich gerade schon angesprochen habe. Und dann halt damit seine Saugarbeiten machen. Kleinere Saugarbeiten halt. Man hat da eben diese drei Aufsätze für. Damit kann man dann auch ein bisschen was machen. Mehr allerdings würde ich diesem Gerät, um ehrlich zu sein, eher nicht zutrauen. Als normalen Akkustaubsauger für die Wohnung könnte man ihn zwar theoretisch benutzen, aber ich würde das einfach nicht tun. Ich bin der Meinung, die Saugkraft ist dafür nicht ausreichend. Und ich finde, das passt auch konzeptionell nicht zusammen. Und das mit dieser Stange, die man da abmontieren kann und dann quasi das als Verlängerung für das Handheld-Teil nutzen könnte, da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich überhaupt nicht, wofür das gut ist. Also vielleicht kann man damit irgendwie so ein bisschen Ecken saugen, Spinnenweben wegmachen oder sowas, aber weiß ich nicht. Also unterm Strich sollte man auf jeden Fall einen normalen Staubsauger im Haus behalten. Dieses Gerät ist meines Erachtens kein Ersatz dafür. Was das Gerät aber dafür besonders gut kann, ist Wischsaugen. Und da das meiner Meinung nach auch die Kernleistung von diesem Gerät ist, haben wir uns jetzt im nachfolgenden Test auch sehr stark darauf gestürzt und eben genau das, also das Wischsaugen, getestet. In diesem Sinne beginnen wir mit Stufe 1, Trockenes und Flüssiges. Und was wir hier als erstes auf dem Boden haben, ist Cappuccino-Pulver und Zuckerperlen. Hier ist das Ergebnis relativ klar. Einmal hin und wieder zurück und fertig. Damit hat das Gerät überhaupt gar keine Probleme. Ebenso sieht es aus, wenn wir mal eine Ladung Saft auf den Boden kippen. Hier ist es auch relativ leichtfüßig und mühelos alles erledigt. Da geht er einmal vor und wieder zurück. Gar kein Problem. Übrigens eine interessante und auch wichtige Erkenntnis bei diesem Gerät. Das Wasser wird nicht direkt an die Walze gegeben, sondern es wird quasi vorne aufgefächert ausgespritzt. Das ist ganz interessant. Man muss dann oben auf so einen Knopf drücken und dann kommt das da unten so raus. Und ich war mir erst nicht sicher, wie ich das finde, ob ich das gut oder schlecht finde. Unterm Strich muss ich aber sagen, ich glaube, ich finde das eher gut, weil die Dosierung ist dadurch deutlich sichtbar und es kommt halt nur Wasser, wenn man es auch möchte. Also von daher finde ich das unterm Strich eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, weiter im Text mit Stufe 2 dickflüssiges. Was wir hier auf dem Boden haben ist Apfelmus, Ketchup und Joghurt. Und naja, wie ihr euch denken könnt, das ist schon ein bisschen schwieriger für so ein Gerät. Ist aber für den Jimmy überhaupt gar kein Problem. Einmal hin und wieder zurück und fertig. Das macht er leichtfüßig und mühelos, da hat er keine Probleme mit. Stufe 3 wird dann schon schwieriger. Hier haben wir nassen Grobschmutz und anfangen wollen wir mit Cornflakes mit Milch. Aber auch hier nicht so wirklich das Problem für ihn. Einmal hin und wieder zurück und fertig. Nicht ganz so mühelos wie bei den Tinecos, aber trotzdem muss man sagen, echt ein gutes Ergebnis. Legen wir noch eine Schippe drauf und packen ein bisschen Dosenmais auf den Boden. Dann wird es schon relativ schwierig. Da haben auch in unserem Test schon so einige Geräte das nicht mehr ganz so gut hinbekommen. Aber auch hier einmal hin und wieder zurück und fertig. Relativ leicht und relativ mühelos. Hier hat er sich jetzt schon ein bisschen schwerer getan als bei den Flakes, aber das war anzunehmen. Im Großen und Ganzen ist das Ergebnis top. Da darf man nicht meckern. Eine kleine Notiz noch und zwar zur Aufnahmeöffnung. Die ist nicht die größte in unserem Test, aber groß genug für das meiste. Und hat sogar die kleine Besonderheit, dass man sie rauf und runter klappen kann. Also dass man sie theoretisch kleiner machen kann, wenn man das denn möchte. Das kann vielleicht Sinn machen, zum Beispiel bei der Teppichreinigung. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Pluspunkt. Das sei an dieser Stelle noch erwähnt. Kommen wir zu unserem Boss Level und das ist rohes Ei mit Schale. Und hier ist in der Regel nicht der Glibber das Problem, sondern die Schale. Alle Geräte in unserem Test haben damit Probleme gehabt. Und so ist es auch hier bei dem Gerät von Jimmy. Wir fahren da einmal drüber und haben das Gefühl, dass erstmal alles gut aufgenommen wurde. Aber das Problem schlummert im Inneren, denn die Schale hat so eine komplexe Struktur, dass sie nicht gut durch den Saugkanal kommt. Und wenn ich dann weiterfahre, dann fallen doch immer mal wieder ein paar Stücke von der Schale raus. Und wenn ich das Gerät ausmache und wegstellen will und dabei hochhebe, dann bleibt da auch mal was auf dem Boden liegen. Also ganz so einfach ist das mit der Schale nicht. Aber zugegeben, dieses Problem hatten alle Geräte in unserem Test. Okay, kommen wir noch zum Thema Teppiche. Denn wir haben hier ja auch noch so eine Teppichwalze mit dabei. Und die haben wir dann entsprechend auch noch getestet. Und was wir hier gemacht haben ist, wir haben uns so einen Vorleger Teppich genommen und haben das einfach mal ausprobiert. Und was man erstmal sofort feststellt ist, dass man, ich sag mal feststeckt, dass man nicht so einfach über den Teppich gehen kann, dass man da eine Blockade hat. Und das bringt uns zu der Erkenntnis, dass wir hiermit, ich sag mal freie Teppiche oder so Vorleger Teppiche oder sowas nicht so gut behandeln können. Das ist eher was ist für fest installierte Teppichböden. Wenn man dann aber, ich sag mal, sich jetzt in dem Fall die Mühe macht und das Ganze mal mit dem Fuß blockiert und dann einfach immer anhebt und bis zum Ende ausstreicht, dann sieht man auch mal so ein bisschen, was das Gerät kann, beziehungsweise was diese Teppichwalze kann. Und da kann man auf jeden Fall sagen, das ist von der Leistung her ein nettes Plus. Die Teppichrolle kämmt sozusagen den Schmutz aus dem Teppich und per Saugkraft wird das Ganze dann aufgenommen. Also unterm Strich ist es ganz nett, dass das mit dabei ist. Okay, kommen wir zum Thema Bedienung und Handling. Und hier fällt erstmal auf, dass das Gerät einen Antrieb hat. Also das soll heißen, die Walze zieht einen nach vorne. Und der Vorteil daran ist natürlich, dass solange man gerade ausläuft, das Gerät leichter läuft. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wenn ich das Gerät zurückziehe, dass die Stellen, über die ich gehe, so quasi richtig gewienert werden. Das ist natürlich nützlich, gerade bei hartnäckigen Flecken. Nachteil ist aber, wenn ich jetzt so vor und zurück arbeiten möchte, dass das dann auch so ein bisschen in die Arme geht. Grundsätzlich muss man aber sagen, führt sich das Gerät an sich ganz gut und ist eins der angenehmeren Geräte, würde ich sagen. Auch was das Gewicht angeht, ist das Gerät an sich ganz angenehm. Es liegt so bei circa viereinhalb Kilo und ist damit mehr oder weniger so wie die meisten Geräte, die wir hier hatten. Auch die Lautstärke hält sich in Grenzen und ist mit um die 66 Dezibel ungefähr im Mittelfeld unseres Tests. Auch unter Möbel kommt man an sich ganz gut. Der Fuß ist nur so um die 7, 8 Zentimeter hoch. Das komplette Gerät geht natürlich nicht drunter. Irgendwann ist da mal Ende. Man kann aber mit ein bisschen nach links oder rechts lehnen noch ein bisschen was rausholen. Das ist im Großen und Ganzen ganz gut und mehr oder weniger im Durchschnitt unseres Tests. Problematisch wird es bei Rändern und Ecken. Wie bei den meisten Wischsaugern ist das auch hier beim Jimmy etwas schwierig, weil es eben Kunststoffaufbauten nach links und nach rechts gibt, die dafür sorgen, dass die Walze immer so ein, zwei Zentimeter Abstand von der Wand hat und man dadurch einfach nicht ganz an den Rand rankommt. Kommen wir zur Gerätereinigung. Und das ist ein Punkt, der bei diesen Wischsaugern auch besonders wichtig ist. Denn wenn man sie auch als Wischsauger nutzt und richtig groben Schmutz damit aufnimmt, dann werden die Geräte natürlich von innen auch ordentlich dreckig. Und wenn man das nicht sauber machen kann, dann wird das natürlich irgendwann anfangen zu stinken, zu schimmeln und so weiter und so fort. Also das heißt, dass man das Gerät auch wirklich sauber kriegt von innen, das ist ein wichtiger Punkt. Und an dieser Stelle kommt dann eben die Selbstreinigung ins Spiel, die dieses Gerät halt anbietet. Und das funktioniert über die Reinigungsstation. Hier stellt man das Gerät einmal rein und dann wird oben am Griff so ein Knopf gedrückt und dann geht die Reinigung los. Dabei wird dann das Wasser aus dem Frischwassertank einfach vorne rausgespritzt gegen so einen Aufbau und fließt dann runter an die Walze. Und die dreht sich und unter der Walze sind dann auch so kleine Plastikpinöpel, die dann die Walze so ein bisschen quasi ausbringen und dadurch wird das Ganze dann gesäubert. Auch der Saugkanal wird dabei einmal ordentlich durchgespült und das Ganze dauert dann ungefähr zwei Minuten. Im Ergebnis sah das auch ganz gut aus, zumindest im Vergleich mit einigen anderen Geräten, die wir hier so hatten. Besonders interessant ist aber, wie ich finde, diese Trocknungsfunktion für die Walze, weil in der Tat, wenn die da jetzt feucht lange drin steht, dann ist das natürlich ein Nährboden für Bakterien. Da ist es schon besser, wenn die trocken ist. Und das Gerät macht das dann so, dass die Walze dann auch ab und an bewegt wird, damit sie auch von allen Seiten trocknen kann. Also meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall ganz nett. Ein Feature, was man auf jeden Fall gebrauchen kann. Nichtsdestotrotz wird durch diese Reinigung aber der Saugkanal jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, vollständig gereinigt werden. Also da wird er einmal durchgespült. Okay, aber je nachdem, was er damit gemacht hat, wird er dann trotzdem wahrscheinlich noch dreckig sein. Und da muss ich ganz ehrlich diesen Hersteller einmal loben, denn er liefert eine längliche Bürste mit. Eine Bürste, die auch von der Beschaffenheit so ist, dass man den Saugkanal damit gut reinigen kann. Und das ist tatsächlich, seitdem wir das hier machen, ein Novum. Vielleicht gibt es andere Hersteller, die das auch mitliefern. Aber wir hatten bis jetzt, glaube ich, noch keinen dabei, der wirklich explizit so ein Reinigungswerkzeug mitliefert. Dazu kommt, dass wenn man das Ganze umdreht, sind da auch noch weitere Reinigungswerkzeuge dran, mit denen man zum Beispiel Haare aus den Walzen entfernen kann oder ähnliches. Das ist auf jeden Fall Gold. Okay, kommen wir zum Fazit. Meine Meinung zu dem Gerät. Ich bin der Ansicht, dass das Gerät von der Qualitätsanmutung vielleicht ein bisschen besser sein könnte. Und ich finde auch, dass diese ganzen vielen Funktionen, die das haben soll, eigentlich nicht so viel bringen. Aber unterm Strich muss ich sagen, in der Kernfunktion als Wischsauger fand ich das Gerät auf jeden Fall überzeugend. Da kann es meiner Meinung nach auch durchaus mit Geräten von Tineco oder Ähnlichem mithalten. Was allerdings so ein bisschen das Problem ist, ist meines Erachtens der Preis. Der ist relativ hoch und vergleichbar mit den Tineco-Geräten. Da würde man vielleicht eher doch sagen, gut, dann greife ich auch zu einem Tineco-Gerät. Hängt aber auch hier mal wieder so ein bisschen vom persönlichen Einsatzgebiet ab. Wenn man jetzt sagt, okay, ich hätte gerne Wischsauger, aber so einen Handstaubsauger könnte ich auch ganz gut noch zusätzlich gebrauchen, zu meinem ganz normalen Staubsauger, dann kann das Sinn machen, vielleicht zu diesem Gerät zu greifen. Das Ganze ist also wie so oft von den persönlichen Präferenzen abhängig und man sollte für sich einfach prüfen, ob das für einen selbst Sinn macht. So, und wenn euch das Produkt interessiert, dann schaut mal unter dem Video in die Beschreibung. Dort haben wir es für euch verlinkt. Und wenn ihr euch nach wie vor nicht sicher seid, für welchen Wischsauger ihr euch entscheiden sollt, dann schaut unbedingt in dieses Video hier rein. Hier haben wir eine ganze Reihe von Wischsaugern einmal komplett gegenübergestellt. Und wenn ihr euch wirklich noch nicht sicher seid, dann ist das auf jeden Fall eine super Orientierung.